So liebe Leute, heute haben wir eine kleine Premiere hier an unserem Aktiensonntag, denn wir berichten zum ersten Mal über eine Aktie aus Singapur. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute wird es spannend, denn es geht um eure Wunschanalyse zu C-Limited. Ja, ihr könnt weiterhin abstimmen für eure Wunschanalysen hier bei Aktien mit Kopf im Jahr 2020. Einfach in den Community-Tab wechseln und dort halt unter den Kommentaren abstimmen und ich erstelle die Videoanalysen zu euren Wunschaktien. C-Limited war auch vorne mit dabei, gegründet im Jahr 2009 von Forrest Lee aus Singapur. Damals hieß das Unternehmen allerdings noch Garena. Forrest Lee, lustiger Name, werdet ihr euch denken. Nun ja, der Herr Lee hat selber in Stanford in den USA studiert und war dort so begeistert von dem Film Forrest Gump und wie Forrest Gump eben anderen Menschen geholfen hat, dass er sich kurzerhand selbst diesen Namen verpasst hat. Ja, also ganz ulkige Geschichte zur Einleitung hier. Aber kommen wir mal back to business. Im Jahr 2012 gab es dann Garena Plus eine Plattform, wo man einerseits Videospiele downloaden, kaufen konnte und auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen so ein Social Network Charakter hatte für den Austausch mit anderen Usern. Das war im Endeffekt das erste wirkliche Produkt von Garena, so hieß die Firma damals noch. Und 2014 war das eben schon ganz erfolgreich, denn es gab schon die erste Bewertung bei circa eine Milliarde US-Dollar. Ein paar Jahre später hat noch irgendein Staatsfonds da mit investiert. Da war die Bewertung schon das zweieinhalbfache und das Unternehmen war also schon ungefähr zweieinhalb Milliarden US-Dollar wert. Im Jahr 2017 gab es dann den Börsengang an der NYSE und es gibt auch bei CNBC ein ganz interessantes Interview mit Forrest Gump, wo er so ein bisschen darauf eingeht, warum gerade in den USA der Börsengang getätigt wurde. Also das ist nur so drei bis fünf Minuten, kann man sich gerne mal angucken. Ich mache das immer persönlich auch bei der Aktienanalyse. Ich will natürlich auch gerade bei fremden Kulturen so ein bisschen einschätzen lernen, was ist das dort für eine Persönlichkeit? Wer ist dieser Herr, der das Unternehmen leitet und gegründet hat? Da kann man sich natürlich vor allem bei YouTube-Videos mittlerweile ganz gut einen eigenen Gedanken machen dazu. Und dann im Jahr 2017 gab es einen absoluten Durchbruch, zwar noch nicht ganz Durchbruch, aber man hatte das Ganze vorbereitet und zwar mit Free Fire, der Beta-Version. Free Fire ist ein Mobile Game, welches explizit auch für den mobilen Markt konzipiert wurde. Und es handelt sich dabei so ein bisschen um eine Art Battle Royale Spiel, also vergleichbar mit dem klassischen Pendant, jetzt hätte ich schon fast Cyberpunk gesagt, ich meine aber natürlich Fortnite. Aber Fortnite ist ja eben nicht direkt für Mobile entwickelt worden, Free Fire hingegen schon und hat sich deswegen vor allem auch in den Emerging Markets als absolutes Top-Spiel mittlerweile entwickelt. Man braucht nur circa 500 Megabyte zum Downloaden, das heißt auch schwächere Smartphones können halt eben sehr gut mit diesem Spiel umgehen. Und 2009 war es das meist gedownloadete Mobile Game überhaupt, hat insgesamt schon 400 Millionen Downloads und das gerade mal in diesen ein, zwei Jahren. Und damit ist es schon wirklich auf einem absoluten Weg hin Richtung Angry Birds und so weiter. Der Umsatz 2019 insgesamt liegt bei 2,18 Milliarden US-Dollar und wenn ihr jetzt sagt, Collier, du hast versprochen, keine Gaming-Unternehmen mehr zu machen, dann kann ich euch beruhigen. Denn C-Limited, die damals übrigens im Jahr 2017 dann diesen Namen bekommen haben mit diesem schönen Logo, was ich hier auch extra für euch aufgemalt habe, ist kein reines Gaming-Unternehmen. Ja, habe ich euch also gerade nochmal so ein bisschen ausgetrickst. Der Gewinn und Verlust lag jedoch im Jahr 2019 bei satten 1,46 Milliarden US-Dollar Verlust. Die Aktie ist allerdings innerhalb des selben Zeitraums ein wahrer Ten-Bagger gewesen, sogar noch mehr als verzehnfacht. Nämlich die Aktie ist tatsächlich vom 01.01.2019 bis jetzt um satte 1.300 Dollar gestiegen. Ja, also ein krasser Marktwertzugewinn von 80 Milliarden US-Dollar jetzt an der Börse. Kommen wir also jetzt mal zum Geschäftsmodell von C-Limited. Wir haben hier eigentlich drei Kernsparten. Die wichtigste ist der Bereich Digital Entertainment, wie ich ja schon bereits erklärt habe, wo man sich also vor allem für den mobilen Markt verschiedenste Spiele, natürlich auch nach dem Free-to-Play-Prinzip, manche aber auch nicht, Spiele runterladen kann und dann spielen kann. Es gibt auch ein E-Sports-Segment, wo man eben also tatsächlich auch professionelle Sportturniere veranstaltet. Mit diesem Free-Fire-Spiel konnte man immerhin 130 Millionen Views erzielen und nicht ganz irgendwie so League of Legends-Style und so weiter, aber immerhin weitaus mehr als das, was man in Deutschland im Mobile Gaming-Markt oder im Gaming-Markt allgemein hinkriegt. Ich habe gerade auf Instagram gepostet, immer wieder frustrierend zu lesen, wie in Deutschland eigentlich die Experten sich immer einig sind. Gerade wenn einige Bundesländer sagen, hey, es wäre doch vielleicht cool, Videospiele mal als E-Sport, Breitensport in Deutschland zu etablieren und eine Art Kreativwirtschaft auch mal in Deutschland aufzubauen, kommen dann irgendwelche Kriminologen und irgendwelche Pseudowissenschaftler und quatschen denselben Müll wie schon vor 30 Jahren, dass irgendwie Videospiele total schlecht für die Kinder seien und so weiter und so fort. Und nebenan in Polen wird das größte Spiel der Dekade weit veröffentlicht mit Cyberpunk. Das ist natürlich wirklich einfach nur frustrierend. Deswegen können wir halt leider, wenn wir solche Aktien investieren wollen, noch nicht nach Deutschland schauen. Ja, regt euch nicht auf. Don't shoot the messenger. Ich kann es nicht. Ich kann nichts dafür. 500 Millionen User insgesamt und ungefähr 10% davon, also 50 Millionen, sind tatsächlich zahlende Kunden, die hier natürlich ein unfassbar wichtiges Fundament für ein gesamtes Business von C-Limited sind. Weil sie natürlich mit, egal wenn du in der heutigen Zeit hast, und das ist das Wichtige in der heutigen Zeit, Wer eine Plattform hat, der hat eigentlich immer den Zugang zu ganz vielen unterschiedlichen Erlösquellen. Und das werden wir gleich noch sehen. Wie gesagt, 500 Millionen Nutzer und die bringen 55% des Gesamtumsatzes hier von C-Limited. Somit auch der wichtigste Bereich. Und 10% davon, ca. 50 Millionen, sind tatsächliche Kunden. Mit all diesen ganzen Daten, all diesen ganzen Käufen und Transaktionen kann C-Limited natürlich jede Menge anfangen. Zum Beispiel eine E-Commerce-Plattform aufbauen. Zu Beginn damals war es eine reine C2C-Geschichte. Das heißt also, die Leute, die hier auch gespielt haben, downgeloadet haben, sich ausgetauscht haben, konnten dann ähnlich wie beispielsweise im Facebook-Marketplace usw. auch Waren hin und her verkaufen. Mittlerweile ist es aber eine Art Hybrid-Modell. Man hat eben auch eine B2C-Sparte und hat hier einfach einen Marktplatz-Modell. Also kann man sagen, das Amazon von Südostasien. Mit einfach extrem vielen Nutzern mittlerweile und 615 Millionen Bestellungen im letzten Jahr. All diese ganzen Zahlen, also hier 35% Umsatzanteil insgesamt, all diese ganzen Zahlen, 500 Millionen Nutzer hier, 615 Millionen Bestellungen sind eigentlich ziemlich exponentiell wachsen, wie wir gleich noch sehen werden. Und anlehnend an diesen Sachen macht es natürlich dann für fast alle Unternehmen im digitalen Bereich heute Sinn, auch Payment Solutions anzubieten, weil du hast ja die Kunden sowieso schon an Bord. Warum alles noch irgendwie an andere Dienstleister verteilen, wenn du das Ganze auch selber schon abdecken kannst? Payment Services, Credit Services und andere digitale Services. Es gibt insgesamt 15 Millionen Nutzer und 10% Umsatzanteil, die jetzt schon mit C-Money eben auch hier zu diesem Gesamtumsatz von C-Limited beitragen. Ja, und dieses Unternehmen aus Singapur, das ist eben vor allem in Asien und Südostasien, aber auch in anderen Schwellenländern sehr, sehr, sehr verbreitet und beliebt, vor allem auch in Brasilien und so, wo zum Beispiel auch das Free Fire Spiel total durch die Decke gegangen ist. Und da gibt es auch einige Artikel, die ich euch gerne nochmal verlinken kann zu diesem sehr erfolgreichen Spiel. Ja, kommen wir mal ein bisschen zur Bewertung des Unternehmens, die natürlich immer dann, wenn wir ein Verlust tragen, das Unternehmen haben, nicht ganz so einfach ist. Ja, ich habe hier mal wieder ein paar quantitative und paar qualitative Faktoren hier mit angeführt. Wie gesagt, das sind immer nur von mir einfach ein paar Anreize dazu. Ich selbst, ich besitze die Aktie übrigens nicht, falls es euch interessiert. Aber am Ende des Tages müsst ihr immer eure eigenen Gedanken machen. Ja, man kann sagen, der Umsatz wächst wie eine Rakete. Ja, ich glaube, nicht mal Shopify kann hier noch mithalten. Denn in den letzten fünf Jahren 68% durchschnittliches Umsatzwachstum hier erzielt. Und dieses Umsatzwachstum, das ist noch lange nicht fertig. Auch in den kommenden Jahren werden weitere starke Umsatzzuwächse noch erwartet. Gerade wenn man natürlich auch hier in diesen Sparten noch jetzt stärker wächst, wird das natürlich auch hier dazu intensiv beitragen. Und wie ich ja auch schon letzte Woche bei Ten Square Games erklärt habe, ist es halt eben auch so, dass man heutzutage, wenn du ein Spiel hast, was 400 Millionen Nutzer spielen, kannst du ja dieses Spiel auch immer weiterentwickeln und auch weiter auch damit Geld verdienen. Somit ist auch der erwartete Umsatz für dieses Jahr durch Corona nicht wirklich negativ beeinflusst, eher positiv, denn es werden über 5 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Und das ist natürlich dann schon wieder eine mehr als Verdoppelung des Umsatzes im letzten Jahr. Dann KUV, trotzdem stolze 37. Das heißt, dieses Wachstum, was das Unternehmen verzeichnet, wurde vom Markt dann auch seit letztem Jahr tatsächlich anerkannt und auch direkt in das Unternehmen eingepreist. Und das Unternehmen ist halt eben auf 80 Milliarden Marktkapitalisierung geklettert. Und somit natürlich für jeden Anleger, der sich jetzt die Frage stellt, kann ich ja noch investieren, weitaus schwieriger als noch vor einem Jahr. Aber so ist das eben immer an der Börse. Neulich hat sich tatsächlich einer beschwert, ich würde die Unternehmen immer viel zu spät vorstellen, als ob ich irgendwie in die Zukunft schauen kann. Und hinterher ist man natürlich immer schlauer. Aber wer hat sich halt eben Anfang letzten Jahres hingestellt und das Unternehmen schon in sein Portfolio oder in sein Fonds gelegt? Wenn diese Person jetzt sagt, hey, krass, ich habe es getan, ich habe den ganzen Markt perfekt getimt und pronostiziert, wunderbar, dann freue ich mich schon bald in dein Wikifolio zu investieren, wenn du halt einfach den Markt perfekt abteilen kannst. Ansonsten Piotrowski-Score auch recht solide, 7 von 9 Punkten. Das heißt, was die Bilanz angeht, ist das eigentlich auch noch alles solide. Ich habe hier noch eigentlich einen quantitativen Punkt mit dazu geschrieben. Und zwar, wir haben 5,2 Milliarden US-Dollar an kurzfristigen Vermögenswerten, also sowas wie Cash und Deposits, irgendwelche kurzfristigen Anleihen, P2P-Kredite und so weiter. Und wir haben insgesamt 5,7 Milliarden Verbindlichkeiten. Das heißt, man könnte zwar aus den kurzfristigen Vermögenswerten nicht die gesamten Verbindlichkeiten begleichen, aber das ist doch doch eine absolut solide Bilanz. Hier kommt natürlich dann noch das ganze restliche Vermögen normalerweise mit dazu. Aber kurzfristig, wie gesagt, ist ja das, was das Unternehmen schnell einsetzen kann, um Schulden zu bedienen. Das heißt, ich mache mir jetzt keine Sorge, was das Unternehmen angeht, auch wenn wir natürlich, was die Margen und so weiter das Ganze angeht, noch nicht wirklich einschätzen können. Und es ist eben, deswegen habe ich es auch hier mit dazu geschrieben, einfach noch nicht wirklich dieser Trend jetzt zu beobachten, hin zur Profitabilität. Das ist eher so ein negativer Faktor. Diese ganzen Faktoren hier alle eher positiv, außer natürlich das hohe KUV. Und qualitativ bewertet muss man das natürlich, wie gesagt, selber einschätzen können, wenn man sich es traut. Ich habe hier definitiv noch einen anderen sehr positiven Punkt mit angeführt. Und zwar immer dann, wenn wir in Richtung Asien gehen, haben wir ja auch häufig politische Risiken, sage ich mal, gerade in China, die ich ja auch sehr häufig schon in anderen Videos angesprochen habe. Es gab ja auch zum Beispiel immer das Problem bei Tencent und bei anderen, was jetzt zum Beispiel die Firmierungen und so weiter angeht. Da gibt es immer wieder Risiken, aber oder auch regulatorische Risiken, was die Gaming-Sparten von Tencent und so weiter betrifft. Und wenn wir uns Singapur angucken, dann können wir natürlich hier sagen, das ist definitiv überhaupt gar kein Risiko. Im Gegenteil, Singapur ist auf dem Heritage.org-Index das freieste Land der gesamten Welt. Noch vor Neuseeland, Australien, Estland und Irland und so weiter. Deutschland ist auf Platz 27 immerhin stabil. Aber wie gesagt, in Singapur zu investieren, wird euch eigentlich die geringsten politischen Risiken bescheren, die ihr eigentlich haben könnt. Also das ist natürlich ein extrem positiver Faktor, was das betrifft. Für mich kann ich sagen, ich würde jetzt hier ein recht neutrales Fazit ziehen. Einfach auf Hold, weil man muss natürlich jetzt hier sich die Frage stellen, wie viel zukünftiges Umsatzwachstum und Profitabilitätserreichung kann das Unternehmen und muss das Unternehmen erzielen, um überhaupt noch weitere Steigerungen der Aktien zuzulassen. Es ist einfach im letzten Jahr so viel Wachstum eingepreist worden in diese Aktie, dass es jetzt natürlich dadurch, dass man eben noch keine Profitabilitätskennzahlen und so weiter ist, ein ziemlich starker Leap of Faith ist, wie Michael Jakob sagen würde. Und mir persönlich ist es einfach ein bisschen zu unsicher, zu schwierig das zu bewerten, wenn ich auf der anderen Seite Unternehmen habe, die eben auch profitabel wachsen und was für mich halt immer zu bevorzugen ist. Aber nichtsdestotrotz könnte das natürlich ein sehr spannendes Investment sein. Jeder von euch muss sich selber die Arbeit machen und noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich bin gespannt, was ihr zu Sea Limited sagt und was ihr natürlich auch zu deren Spielen und zu deren Angeboten und so weiter sagt. Es ist natürlich immer dann noch interessant, dass wir vielleicht mal Leute hören, die in einem Kulturkreis leben, zum Beispiel in Südostasien, wo eben sie diese Produkte tatsächlich nutzen. Dann könnt ihr natürlich gerne auch hier unten mal drunter kommentieren. Alle anderen können natürlich trotzdem auch gerne kommentieren. Auch der Michael Wendler darf hier kommentieren bei Aktien mit Kopf. Es wird nichts zensiert, außer natürlich sinnlose Beleidigungen. Aber ansonsten, ja, war es das für die heutige Wunschanalyse. Ich persönlich, ich würde das Unternehmen also wie gesagt aktuell nicht kaufen, weil man stellt sich natürlich immer die Frage, wohin geht mein Geld? Und wenn ich jetzt in das eine Unternehmen investiere, kann ich es eben nicht mehr woanders investieren. Und deswegen, gemessen an allem, was ich bisher so zusammengetragen habe, ist das jetzt für mich aktuell kein gutes Investment. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, kannst du natürlich gerne den Kanal hier abonnieren für mehr solcher Videos. Denk dran abzustimmen noch für deine Wundanalysen oder deine Wundanalysen noch reinzuschreiben im Community Tab. Und ansonsten sehen wir uns dann schon nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.